Ah, so, da sind wir wieder. Also, wir wissen jetzt, wo Eddy ist, aber wir brauchen dazu was Steckendes, worauf er rumkrauten kann. Ich weiß immer noch nicht, ob wir den Quest annehmen sollten. Wie viel Geld da hat er? 488, da sind 500 schon einiges, die wir noch bräuchten. Ich schaue vor allem mal, was wir vielleicht mal an dem Laden vorbei oder sowas. Ich kenne das mal mit den Leuten. Riechst du das? Ernst, riechst du das? Das prebulanische Essen ist das ekelhafteste und das stinkendste in der ganzen Galaxie. Flugel, du wirst noch fett werden. Selston, zieh dich mal um. Ich glaube nicht, dass die Leute auf Anachronoms jemals fett werden. Immer diese optimistischen Lebenseinstellungen. Oder eher realistisch in diesem Fall. Bert Kranos. Ich bin ein Schriftsteller. Sorry, ein Journalist. Wir wollen das Geheimnis des Aufstiegs Dieters lüften, aber jemand im Sender nicht hindert uns daran, an die Informationen heranzukommen. Hat sich nach Nebenquest an. Oder auch. Der Prebulaner. Sie haben die Kropfsauce vergessen. Können wir mal mit dem Mädel reden? Duellar. Sorry, dieser Herr da drüben hat gerade die letzte Prebulanische Ranke bestellt. Nächste Woche haben wir vielleicht mehr davon. Na, wenn sie meint. So, meint gibt es immer noch nicht so viele Folgen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt die Woche noch hin, dass ich wieder realmäßig hier hochladen kann. So, Personal komme ich nicht rein. Weil, ähm, ja, ist halt so. Mit ein bisschen Arbeit und so. Als sie nicht bald herauskommt, werde ich die Tür aufbrechen. Wer? Was? Ich kann die Tür auf jeden Fall nicht aufbrechen. Geht's denn hier raus? Ah, per Aufzug. Ich hätte es mir denken können. Treppen gibt es in der Zukunft hier nicht mehr. Das sind alles nur noch faule, dekadente Säcke auf einem total reichen Planeten. Wie ist es genannt? Fortschritt. Ah, vielleicht kriegen wir da die Batterien her. Oh, änderst du deinen Perl 18, um ihn dir anzupassen? Oder änderst du deine Kleidung, um dich deinen Perl 18 anzupassen? Das ist hier die Frage. Ich habe die alte Betsy seit Jahren und Jahren und Jahren. Sie ist ein limitiertes Sportmodell. Es wurde nur 3000 produziert. Ich kaufe dir die Batterien aus deinem Perl 18 an. Machst du Witze? Weißt du eigentlich, wie schwer es ist, solche Batterien zu besorgen? Vergiss es. Okay. Das war wohl leider nichts. Oh, ach ja, die Leiche. Dem mysteriösen, vermutlich Konkurrent von Detektiv, äh, im mysteriösen schwarzen Ledermantel. Wo liegt eigentlich meiner rum? Im Auto. Ach ja. Ich wette, die Noxguards haben diesen Mord begangen, diese Bastarde. Okay, Leiche nicht anklicken, aber Detektiv Rook. Warte mal, Kumpel, bist du ein Sly? Hey. Klärz, Allmächtiger, wie habe ich dich schon seit zwei oder drei Jahren nicht mehr gesehen? Wie geht es dir? Wolltest du nicht auf Nord-Anachronox umziehen? Du hast immer noch die schlechte Angewohnheit, dich in diesen Fall reinzuhängen, nicht wahr? Ich wundere es, dass Dieter mit dir noch nicht abgerechnet hat, nach all dem Schlamassel, das du ihm bereitet hast. Ja, ich arbeite überall in Kordika. Hier bin ich nur im Rahmen der PAX-Untersuchung. Hey, zieh mir nichts an. Ich habe an diesem Fall selbst gearbeitet, als die PAX mit ihrer Unterstützung angeboten haben. Du würdest hier auch einsteigen. Dein Job ist dein Job, richtig. So. Tebano, Hanuno. Uh, Mister, ist der Mann tot? Nö, der schläft nur. Mister, ähm, was ist mit ihm passiert? Ach, das ist der Junge. Ich wollte den alten hören an. Ey, wohin wirst du gehen, wenn du tot bist? Ah, die auf den Sack. Ich will es den Typen anreden. Twisted. Ich werde dir die Nux-Gards haben. Achso, ja, doch, den hatten wir ja schon. Äh, die Tür lässt sich öffnen. Schön. Ach, da ist ein Aufzug dran. Da ist der Typ mit seinem Roboter. Was habe ich hier an der Straße? Willkommen zum besten Taxi-Service hier in den Brakes. Wir bieten die sicherste Lösung für Ihre Übergangsprobleme an. Schneller und effizienter Service, so wie genau das abrichten. Wählen Sie Ihr Reiseziel. Nö, danke. Ich will mein Geld sparen. Sehr interessant. Gut, es kann damit nichts anfangen. Kann mir was da wieder anfangen. Nein, ich fürchte, jetzt brauchen wir Perl 18. Haben wir noch unsere Fotos? Ja, gut. Ich hoffe, die E-Liste ja auch gelb. Wenn es ihm wirklich geht. Quellenspirale... Landeplattform rumbrechen. Ich glaube, wir sind so Quellenspirale. Achso, es geht eh nur hier lang. Ja, gut. Dann hat sich die Sache ja eh erledigt. Der Taxi-Service ist dann wohl das Schnellreisesystem in Anachronax. Ich hoffe nur, dass wir nicht Bruce Willis und Mila Jovovich über den Weg in das Taxi von denen einsteigen. Ähm, Anachronax, Tours, Landeplattform. Oh, im Bereich. Was sagt er denn? Paragula Jovovich? Achso, ja, der da. Ah. Werbegeschenke sind cool, Mann. Sie geben einem Stifte umsonst. Ich gebe dir einen Schnappschuss umsonst. Gut, jetzt haben wir schon, ich glaube, drei. Aber das eine haben wir doppelt. Keine Ahnung, ob das gilt. Haus Alarm? Rush Alarm, achso. Ich kämpfe mich wieder herein, Higgs. Ja, ja, bestimmt. Timer in der Streichel. Ähm. Landeplattform, Anachronax, Tours. Wohnbereich ist Schuttplatz. Die Frage ist nur, Franks Panagala Quell. Ich wollte ja nicht einkaufen gehen, aber erstmal gut. Ich brauche Batterien für den Roboter. Was können wir den beiden da mal zuhören? Problem, Rezept erfordert symmetrischen Kristallbaum. Lösungssuche am Schutzplatz nach Kristallbaum. Schutzplatz zu gefährlich. Wollen wir den Viechern das wirklich wegnehmen? Die Bäume sind denen heilig. Aber warum sind die denen die Bäume heilig? Schuttplatz. Ich schaue mal, ob ich da einen mitnehmen kann. Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Ich habe da jetzt auch keinerlei... Er kriegt hier ein bisschen wenig Informationen über die Welt. Da... Wie es... Wer denn was tut und so weiter und... Ich weiß nicht, diese Prevolana... Scheinen mir sehr von Vorurteilen belastet zu sein. Die Frage ist nur, ob diese Urteile korrekt sind. Alle fliegen aus Leibuts. Fällt er um? Ja. Gut. Alle Goon nimmt 55 Schaden. Oh, noch 2728. 27 Mäuse und ein Heel Grease. Jetzt kriegen wir jede Menge Heel Grease von den Viechern. Entschuldigung, ich muss schon wieder speichern. Na? Ähm... Gut. Weiter geht's. Also, Eddie ist hier. Wir warten zur Quellenspirale und lassen wir das zum Kauen holen. Ich muss jetzt jedes Mal hier einsammeln. Aber ich muss wohl auch jedes Mal mich mit denen hier prückeln. Und zwar kann er auf einen draufhauen. Oh! Minus 1. Ah, jetzt fliegt er erstmal, aber gut. Oh, ähm... Oh, Krumpus hat was abgekriegt. Äh, das ist nicht sehr gut. Das ist gar nicht gut. Hau ihn weg! Warum macht er jetzt so viel Schaden? Naja. Auf jeden Fall haben wir hier dann mal gewonnen. 1700 XP, noch 967. 83 Mäuse, ein Heel Grease und ein Bindle Bag. Mal schauen, was diese Bindle Bags sind. Oh, äh. Bombensack! Blaue Edelsteine, die offizielle Werbung auf... Re-Ula-Gee. Äh, Cordigan-Digital-Kamera, eine Ka- Ah, das ist die Kamera. Der Ligonator, Heil-Gri- Äh, Heil-Teil. Die Member-Card für Smus-Tech. Der große Fünfe. Wirklich kleiner Wagen, hä. Taco. Ballestas. Armband. Armband von Ballestas. Wenn ich jetzt... Ich stelle 8 NRG bereit. NRG davon kennt... Okay, das hört sich gut an. Ah, das erhöht die Geschwindigkeit. Ah. Gut, gut. Ausrüstung abgeschlossen, was? Ähm. Ich möchte eigentlich zurück... Oh, das ist nicht gut. Ich heile doch bestimmt keinen Gegner. Gut, der hat schon mal daneben geschlagen. Der hat einen fatalen Fehler begangen. Er ist Kropos zu nahe gekommen. Und einer weniger. Äh... Was will ich dann Fatima screamen machen... Was will dann Fatima screamen machen? Screen mich Fatima! Bitte noch einen beseitigt, Kumpels. Ich habe auch gerade alles im Alleingang hier. Null. 60, da dürfte auch hinüber sein. Sehr schön. Das beseitigt zwar einige Probleme. Jetzt muss ich nur einen Weg zurück zur Quellenspirale finden. Level 5! Zwei Hillcrees, 1,20 Geld, eine Bindelbeck und einen Pribulan. Pugeljams. Okay, ich versuche es mal einen Weg zurückzufinden. Na ja, das ist der Weg. Ah, gut. Ja, ja, ich weiß es. Aber es ist halt wichtig, dass man so oft spreche. Jetzt muss man hier immer wieder alles neu aufnehmen. So, äh, Quellenspirale. Da geht's lang. Können wir schon fast denken, wer gemeint ist. Ich will gerade so hin wie Kopfschmerzen bekommen, weil es nicht so schön hat. Und in meinem Held steckt auch noch was. Okay, hier ist er schon mal nicht. Das wird zwar erwarten. Mein Vater hat Besseres verdient. Simon Lange muss dafür sterben. Schade, dass seine Anschrift nicht bei Sendern registriert ist. Okay, da ist noch der Nutzgeld. Okay, wir haben also noch nicht fünf. Äh, da. Den meinte ich. So, sie kann ich nicht anreden. Ah, das ist relativ, äh. Okay, er hängt hier irgendwie über der Quellenspirale rum. Das heißt aber, wir werden es erst in der nächsten Folge sehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, da Sachen für einen Luni. Okay, Schleuderpult. Okay, tschüss, danke fürs Zusehen. Ah.